Und jetzt kommt für mich eine besondere Freude, Ihnen Frau Margit Wache ankündigen zu dürfen. Eine anerkannte Knopfharmonika-Künstlerin, die nicht nur hier im Inland, sondern auch im Ausland bekannt ist. Eine Kimi-Dut-Gewinnerin. Stimmt? Ja, stimmt. Kimi-Dut-Gewinnerin. Und sie wird uns heute eines ihrer Lieblingsstücke spielen. Mein Liebes-Erkund. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020